bestell so kontinuier und geht fast in den ganzen spot rein das heißt da ist das nebel der nie fühlt sich schon mal gut an bisher muss sagen motorbus hiel morterrand ist ja ganz geil den top noch reinkommen top kommen da rein ja ich wollte ich bin extra zu der großen tatsächlich in gefahren weil ich genau wusste ja nice schönes schönes in dem smog du musst auch vollgas geben also halbgas nicht mehr Nein! Shit! 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 Butch, guck woanders hin! Nein! Boah, das ist voll, guck mal! Boah, das ist der Ziel ist! Boom, das ist der Rase weg! Ach da, ey, da siehst du die Schicke, das war ich! Ja, Alter, da bist du... Ich hab auch was getroffen. Was war das denn? Ach, da soll ich sein! Ist ja weg! Ich hab 40 Jahre gemuda rausgekriegt, ne? Das heißt, da steht immer noch irgendwo vor mir. Ja, ey, ich will nicht, ich kann nur auf die Schicke schießen. Ich guck mal, wo Hayo ist. Das Ding ist, Ohio drückt sich halt einfach wieder hoch, ne? Da machst du halt auf Dauer eigentlich nichts. Die können wir jetzt hier bearbeiten. Lucifer, du musst halt versuchen, zur Kante zu fahren und zu überleben, weil was anderes bringt, glaub ich, gar nichts. Wir verlieren die Flanke auf jeden Fall. Boah! Ja, nur die Ohio, die Hals ist halt einfach gleich wieder hoch, da will nichts von. Guck, dass ich gleich da mal in den Nebel komme. Sollte es nicht so viel davon sprechen. Die sind immer noch im Geplatteam. Ja. Irgendwas im Nebel habe ich auch noch wehgetan. Maschinengedrosse, wir müssen Sprit sparen. Mann, was die macht's schlafen. Na? Na, gucken wir, ob die noch was treffen. Ob die... Ich krieg die Klima. Ne, alles daneben. Oh, hao, rumo. Gebel lässt, glaub ich, nach. Ja, wie hat sie jetzt einen Fehler gemacht, weil... ...im Prinzip... ...die schießt zwar schneller... ...und mehr... ...aber die krieg ich. Die rechte nämlich nicht damit, dass wir ein abgefuckter spieler werden. Das ist nicht positiv im Sinne. 5.000 auf die Schicke. Seht ihr? Doch für Bodensee gibt's da. Auf jeden Fall ne. Ich darf mich aber langsam droppen, ne? Dass ich hier wegkomme. Joa, ich, äh... ...meine Chance mehr wegzukommen, jetzt. Ja, genau. Abpraller, ist klar. Der Winkel. Da lacht jemand, ganz dreckig. Echt? Kein Torpedo? Doch, okay. Da ist der Torpedo jetzt. Ja, wo muss offen? Jo, danke. Ah, du ist. Nein, das ist richtig, ist nicht offen. Guck ihn mal. Guck ihn mal, ob ich noch rauskriege. Nice, nice. Ja und, du hast immer noch fast mehr als ich. Wir machen das echt gut hier auf unserer Seite. Dafür, dass wir gerade so hart bei der Unterzahl waren. Ich geh jetzt wieder Open-Water gunfighten. Dreh das ganze Ding wieder auf die offene See. Nee, nee. Schicki. Nee, nee. Offen? Aber ich kann nicht vorfahren. Ich kann nicht vorfahren. Alles gut. Wenn wir nicht vorfahren, bin ich tot, weil da gleich noch was kommt. Nee, brauchst du auch nicht. Du bleibst nur da, dass wenn die um die Ecke kommen, dass wir die nehmen. Wir haben die A-Planke gewonnen. B verteidigen wir. Die Fulden-Loo kann gleich noch ein bisschen was machen. Ich nerv dir jetzt einfach Hardcore-Open-Water wieder und dann ist gut. Oh, nice. Warte, warum dreh dich so breit? Fulden-Loo, ich liebe dich. Oh, 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 oh. Das ist eine Hintenburg. Hast du das gesehen, Lenny? Die Hintenburg? Nee, da unten. Ich kann hier nicht lange stehen. Ich muss jetzt vorwärts fangen. Warum? ja das wollten wir nicht wissen die frage ist warum du nicht der stehen bleiben ganz weil ich zu ihm breitzeiten stehen nach hinten die danny ist ja ultralustig denn los mit dem schiff ganz ehrlich also wenn einem die wenn einem die französischen dds gefallen dann gefällt er machen die beste ja dann kümmert du dich um das hinter dir ich kümmere mich um das vor ich mich jetzt wegdrehen kriege ich ja dann besser wird mir zu mir ein problem ist gerade tatsächlich alleine war die ist gleich brüder ja und ich habe noch ein konflikt hat dass ich noch gesteilt was heißt gesteilt habe ich mir verdient die informationen die ist gleich gut keine sorge ich muss mit vorfahren grüß dich schön dass du da bist nein ich kenne sie schnell das kommt jetzt gerade um die kurve ok das ging daneben oh scheiße ich spottet mich da jetzt die schale gerade aua jetzt steht es für 3k koordinierter angriff haben wir jetzt auch noch hier gibt es keine lösung keine probleme ich bin einfach nur an dich ran gefahren auf dem schnellsten wege die insel stand im weg ey was kriegen wir eigentlich gerade nicht ente ich weiß es nicht schön dass ich schnack auf den zeichnen wir machen los wieder also ich glaube an die visions als zeichnungen haben wir alles jetzt ja wie viele divisions aus zeichnungen haben sie ja also wir haben jetzt immer gefickt wir haben stoßtrupp wir haben waffen wir haben schon die angriff und schulter und schulter das stoßtrupp haben wir gerade eben auch bekommen jetzt guckt die urhebung muss da raus da kommt der konkurrenz nein nein die runde ist vorbei nein er hat 977 oder 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 ich weiß bescheid dann gemutet alter ente das das ist ein match das musst du eigentlich kommst du an oder was muss ich aufnehmen ey erste runde erste runde danny in meinem leben das war ein objekt